aber gucken mal dass das kann ich habe sogar noch ein ständer wo ist denn jetzt die doch dann droppen wir einfach durch den kompletten zug alter danke danke dafür bladi ich dachte schon wieder da kommt thomas achten völlig nächsten oder warum hast du den kiff weg gemacht so ist also alle wie lange sind die scheiß tür gelockt alter es ist übrigens dorian ja klar nur weil ich hier stand oder was ja weil die tür gelockt man kann man daran hier was die näher ich noch mal drauf wer lebt noch krieg ist es kommt dann habe ich eben jemanden sterben hören es ist wirklich ist das nicht mehr nein ich brauche schon wieder hier ja ich habe auch genau derselbe ort wie eben vor die einzige mir bin der man keine reichs auch so viel ich diesmal nicht mehr was ja man will ich sicher automatisch nein hast du die disco geworfen ja okay ich hoffe einfach mal aber traitor ja das wissen wir nicht ohne witz mein zahn tut übel weh weil das abgebrochen ist dann geht ja das ist normal das dauert ein bisschen nein alter hallo du hast mir schaden gemacht das tut mir leid rache schaden unschuldig glaube ich nicht ja weil du ihn getötet hast das heißt da weil er weil er nicht kommt wird mit felix automatisch ja 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 alle deine opfer werden kommt kommt ja ich vor kurzem auch nicht ok wo ist er denn so was meinst du zu da bin ich wieder auch der ist auf klar ich drehe mir eine zigarette verdammt was das habe ich auch gerade gemacht mit wem was was achso du hast eine zigarette gedreht was 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 ja wer auch wie oft machst du das von mir gelegentlich siehst du wir waren warum aber ich habe keinen grund nicht aber ich habe auch einen grund ich habe mich auch schon beschuldigt obwohl das nicht mal wusste ja aber es hat bestimmt weil ich einfach den schnippler was soll ich schon wieder hier vorne ich bin diesmal woanders gespawnt ja ich auch einen drüber aber ich komme schnell rein aua schaden ach du scheiße ach du scheiße schlampe das dessen ey uns die auch die вал bl k und quand ich war ganz Wir hatten der nicht getroffen! Ich hab schon umgemäht Alter, ohne Witz, mein Boomerang war so aufgedraut Weißt du, wie konnte ich das denn? Ich glaub, das liegt aber an der Map Ich glaub wirklich, das liegt an der Map Ja, weil man sich bewegt Das ist richtiger Bullshit, Alter Oh, ich hätt wirklich den Babylauncher nehmen müssen Ja, ich bekomme dann auch Felix raus eben mit meinem Boomerang Er kommt so durch seine Tür Ich bin mit dem fucking Boomerang auf seinem scheiß Oberkörper, ne? Nö Max, wegen dir hab ich einen Minusklammer Warum? Weil er dich weggemacht hat als Abkabas Oh Ah Warum war denn da jemand? Das war gerade im Preparing, ey Oh, ich bin auch im Preparing gestorben, auch zum Glück Kann sein, dass die eine Leiter dort vorne zur Lok irgendwie nicht funktioniert? Welche Leiter vorne zur Lok? Auf dem Kohlewagen Ich komm mal Ne, ich bin aber schon weg Ja, aber ich will mir das trotzdem mal angucken Ich hab versucht, hochzuklettern, aber irgendwie passiert das einfach nicht so Und wo da? Na, die Leiter einfach, die an dem blauen Kohlewagen Ja So ein paar Doch, die funktioniert Okay Und ich glaube, es ist Dorian Ja, es ist Dorian Ach, Mann Kannst du es confirm? Nice Okay, wer ist der andere? Oh, Max ist tot Ja, es ist Felix Wo ist er? Ah Okay Ey, wir müssen diese Map mal irgendwie einen neuen Neue Textur geben Thomas Thomas Ich bin Traitor Not West Was? Was ist ein Netzwerk ever? Hä? Hä? Ich geh doch Ba da ba da ba da Ba da ba da Hehehe, hi Na? Siehst, was ich in der Hand hab? Gut, war das Dino? Nein Warte, waren es Dorians Ah, okay Ich bin raus Ich bin raus Ich bin raus Ich auch Ich bin raus